Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Kornel und Wollodainments. Wir haben uns heute hier versammelt, um das Render Race Best of Herbst 2020 Edition Part 4 zu sehen. Mit den wunderbaren Spielen Donkey Kong Country, das wird stark. Und Minecraft, das wird scheiße wahrscheinlich. Mal gucken, ne? Ja, hallo Kornel. Hallo. Seid ihr alle bereit? Nein, nein, ich bin nicht bereit. Ich fühle mich nicht bereit. Ich fühle mich, weil die nicht bereit haben. Ja, Donkey Kong Country war auch ein schwieriges Spiel, ey. Ja, aber nein, das ist ja deswegen, weil alle so reingegrandet haben und man heiß war, ne? Ja, ja, klar. Ich hatte halt Angst, richtig abzukacken. Okay, dann auf mein Go. 3, 2, 1, go. Time. Wer ist stark, Alter, wer ist stark. Noch ist er glücklich. Nerdy was. Ja. Ja, der hat große Hoffnung, dass er jetzt zweistellig wird. Wir reden heute darüber. Findet ihr, Spaghetti Bolognese muss mit Sahne gemacht werden. Hä? Spaghetti sind ja wohl die schlechtesten Nudeln, die du machen kannst. Der besten sind immer noch die Tockelingo. Das ist aber eine Falschaussage, die Kornel euch da vorgibt. Ihr denkt jetzt, dass in die rote Soße noch zusätzlich Sahne kommen soll. Bei Kornel ist eine Bolognese einfach nur weiß. Also, nee, eigentlich ist nur Sahne drin. Es gibt weiße Bolognese. Ja, aber die schmeckt scheiße, haben wir ja rausgefunden. Nein, ich bin, Junge, ich hab nur einfach keine Kochskills. Ja. Na gut, wenn du das so sagst. Irgendwann mach ich die nochmal in gut. Wenn du mich versuchen kommst. Wenn Kornel ist meine Bolognese, war war meins ganz Beachman von Banjo. Ich hab die Fresse gegeben, was ich konnte. Ich bin halt noch ein Anfänger in der Küche. Nudeln, Sahne. In meine Bolognese kommt keine Sahne. Da kommt eine ganze Packung, die große, heller Gewürzketchup, scharf rein. Aber, wie kann man da Öer machen? Ist doch geil. Als ob die alle nicht heller Gewürzketchup wollen. Ja, eben, ne? Laberköpfe. Richtig. Eine ganze Packung. Und dann nehme ich zusätzlich noch anderen Ketchup und Mayonnaise, die ich da drauf packe. So wird man fett, Leute. Richtig gute Bolognese geht nur mit Rotwein. Rotwein? Das ist halt so eine richtige Bolognese für Erwachsene. Ich mag lieber die für Kinder. Für Erwachsene. Wenn ich mal bei Chefkoch Rezepte mache, mache ich auch nur für Kinder dann. Dann kannst du mit der ganzen Familie zusammen kochen, die Bolognese. Lecker. Ich finde neulichs Gesichtsausdruck hier auch sehr erwachsen. Ja, stark, ne? Das essen wir ja nicht. Erwachsenen essen. Ich mag ja Karotten in Bolognese. Eine erwachsenen Bolognese sind auch Karotten. Wer macht denn Karotten in die Bolognese? Was ist denn los mit denen? Bei mir kommen Tomaten rein, Paprika, Zwiebeln und ne Kilo Fleisch. Oh, ich bin so ein... Das ist mir nie passiert. Das ist mir einfach nie passiert. Ich hab den Skip verkackt. Oh nein. Oh Mann, ich bin richtig depressiv. Da dachte ich halt schon, da war ich mir sicher, ich hab verloren. Oh ja, ich bin auch richtig depressiv. Ich war so schlecht, ey. Oh Gott. Nein. Ja, ich bin zweiter geworden, aber es gab ja auch keine andere Konkurrenz. Also, what the fuck? Nördi, na, hast du jetzt richtig mitleidigt. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich fühle mit, du Arsch. Nördi, erzähl mal, wo du bist. Das würde mich einmal ganz kurz interessieren. Welt 3-3. Was ist denn Welt 3-3? Das ist das mit der Seile. Mit der Seile, hängst du Korn. Oh, Alter, seid ja was. Da warst du mit Nerdi gleich auch? Ja, der hatte einen guten Start, soweit ich weiß. Sag mir mal, wenn du da durch bist. Das würde mich interessieren. Das wäre lieb. Ach, Mann. Also, ich bin durch mit dem Level. Nördi, bist du immer noch nicht durch? Nö, ich hänge hier am Seil. Jetzt bin ich durch. Oh, Wasserlevel, Nerdi. Wasserlevel. Nerdi war schon fertig, als du gefragt hast. Wie, Nerdi lügt mich an? Nerdi will ich nicht lügen. Nein, er lügt dich nicht an. Der letzte, der hier Scheiße erzählt, bin ja wohl ich. Naja, ich habe meine Videos gesehen, die waren schon... Ich bin gestorben in 4-1, entspannt euch, ihr seid dran. Nee, ich habe die Bosse noch nicht. Ja, trotzdem. Richtig scheiße gelaufen. Ja, aber das war auch richtig dumm. Nö, wenn du beim Boss bist, sag jetzt. Warum hat er nicht gezeigt, wie ich gestorben bin? Ich glaube halt immer, dass das einfach nicht macht, weißt du? Nee, das war kaputt. Das war Bucky. Das hat mich immer nach oben geschossen. Nö, der schießt nicht nach oben, wenn das nach oben anzeigt. Nein. Und du dann A drückst. Mein Input war delayed oder so. Ja, ja. What the fuck? Guck. Du hast scheiße gespielt, Kroll. Das ist einfach alles. Nein, ich bin da glaube ich 5-1 gestorben oder so, Keller. Ja, weil du scheiße warst. Nein, meine Fässer waren kaputt. Das ist einfach für mich das schwerste Spiel der Welt. Ja, ich bin auch behindert. Das war für mich auch ganz lange das schwerste Spiel der Welt. Ich bin aber auch brot-dumm. Also wirklich, no joke. Wie kann man so ein dummer, dummer Mensch sein wie ich? Game over, der große Runde. Game over. Oh Gott, ey. Ich bin an einer Stelle gestorben und nie gestorben davor. Oh mein Gott, ich komme noch. Oder die Kornel, ist mir egal. Hast du es gesehen? Ich sehe es gerade. Ja. Oh mein Gott. Okay, 4-1 ist sozusagen geschafft. Wollo. Ja, du führst. Als ob. Ja. Ich habe doch Welt 6 gar nicht gelernt. Mach keinen Scheiß. Meine Fässer waren kaputt. Das war unfassbar. Was ist hier passiert? Diese Fässer haben einfach anders geschossen als sonst. Sonst wirklich. Nee, also bei mir nicht. Bei mir waren es ein Tag. So, 20 Minuten sind rum. Noch 25 Minuten. Nein, der hat so viel Zeit. Guck mal, wie lange du... Oh mein Gott, Alter. Wie, wie lange? Ich hatte so einen großen Vorsprung, ne? Oh mein Gott. Ich hasse. Ich muss schon nicht. Diese Führung wird nicht mehr auf. Kann ich aber leider nicht. Ich kann das nicht. Ich habe es, glaube ich, auch... Oh, da ist es, glaube ich, so was abgeht, ne? Guck es dir an. Ich weiß. Ich glaube, ich habe auch gefürzt, weil ich weiß nicht mehr genau. Ich habe alle angelogen. Alle haben mir gesagt, ich soll das Level noch mal umgehen. Und ich habe es nicht gemacht. Und dann bitte die Ruhe, damit ich die Klappe halten, habe ich einfach gesagt, ich habe es geübt, aber ich habe es nicht. Und jetzt habe ich es einfach gemerkt. Ja, aber was ist das für ein Glück von dir? Aber wieder eine Lüge. Da habe ich eine Lüge im Video versteckt. Ja, aber du hast es nicht geübt. Nee, habe ich nicht. Ja, das ist ja pures Glück gewesen. Nee, ich habe es vorher noch mal gesehen und dachte mir, ja gut, das ist ja eigentlich einfach. Ohne. Ist auch einfach, ja. Ich zitter einfach, ich zitter. Ich zitter am ganzen Körper. Wo seid ihr? Siehst du das? Wie ich zitter? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, sieht man auch nicht. Wie immer, keinerlei Bewegung. Schon wieder eine Lüge. Ich bin auch im Wasserlevel. Schaffst du noch, Johnny? Holst du uns auch, oder? Nein, das war wirklich nur aus Interesse. Ich warte das. Warum sind erst 22 Minuten vorbei? Ey, er ist krank, ne? Pace meines Lebens. Jetzt haben wir auch nicht. Ich wollte doch gar nicht so weit spielen. Dann Korn jetzt nochmal irgendwie dumm stirbt, ne? Wenn du nochmal irgendwo dumm stirbst, du kannst ja nicht durchgehen. So schön, wer das? Korn, gönn doch weiter. Nee, gönn du doch mal. Das ist halt so eklig, weil er führt und das ist dann immer wie immer, ne? Wenn Wollo macht, dann keine Fehler. Es gibt auch einen Kommentar wieder, ne? Einen Kommentar wieder, den ich darunter gelesen habe, wo ich mir auch dachte, willst du eigentlich... Warum? Was denn? Wie komme ich da denn jetzt am besten hin? Warte. Hier, ein Kommentar. Wo habe ich denn... Wie ekelhaft toxisch Wollo ist. Wollo mit Doppel-L geschrieben. Da geht es schon los, ne? Immerhin haben die anderen sich mehr Mühe gegeben als er. Hä? Woher nimmt er das? Dieser Hu, Alter. Woher nimmt dieser Hu das? Und wo bin ich denn... Wo bin ich denn übertrieben toxisch? Ja, und wer hat sich denn mehr Mühe gegeben? Vielleicht mal in der Minecraft. Nee, da war ich bestimmt nicht toxisch. Ich hab dir schon Bänken... Ja, weil sie auch nicht. Wenn ich Donkey Kong gewinne, habe ich ein Potenzial, Leute. Das ist halt das Ding. Wenn ich Donkey Kong gewinne, habe ich Potenzial. Wenn ich Donkey Kong verliere, habe ich kein Potenzial. Das ist zum Kotzen. Wollo ist aber auch richtig ekelhaft gerade, ne? Ich rechne mir... Wieso? Alter, was labert ihr? Was ist denn los? Ich glaube halt nicht... Weil ich glaube halt, dass Korn und mich hier noch abzieht. Ich kann diese Welt hier nicht so gut. Nee, ich bin jetzt erst in der sechsten Welt. Ich doch auch. Nee, du hast den Bock. Hey, guck mal, da war ich wieder dran. Aber ich sterbe in dem Level auch einmal. Ja, das ist ja deine Schuld. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, klar. Ja, wow. Aber da bin ich wieder näher gekommen. Dreh durch. Das hat ganz nervig. Ja. Ja, und jetzt bin ich wieder weiter weg. Ja, und das ist halt so ein Tod, ne? Der passiert ja nie, aber... Das Ding ist halt, wenn Korn das jetzt so erwähnt, ich bin wieder rangekommen und so, dann klingt das so, als wenn er eigentlich viel besser gespielt hätte als ich. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt! Ich muss aber wieder sagen, wenn er gestorben ist, oh, guck mal, jetzt führe ich noch weiter, dann klingt das so, als wenn ich deutlich besser gespielt hätte. Das ist einfach nur, nur hier ein Fishing for Compliments, was du da machst. Hä? Was redest du mal? Da bin ich rangekommen. Schwachsinn. Nee, ich rede überhaupt kein Schwachsinn. Die Leute verstehen mich. Drück weiter, ich will das jetzt sehen. Nein, die Leute verstehen mich gar nicht. Das war darauf bezogen, dass es wieder spannend wurde und es enger wurde. Mhm. So, aber ich habe es doch verkackt. Hast du doch gerade gesehen. Mhm. What the... Alter, Junge, du bist kaputt in deinem Kopf. Wo bist du gestorben? Ja, in dem ersten Level. Alter, geil. Oh Gott, ich bin gestorben. Aber ich bin direkt am Anfang des Levels gestorben. Das heißt egal, egal ist es nicht. Irgendwo hier ist auch ein Skip, aber ich traue mich nicht. Ich weiß nicht mehr wo. Äh, es sind vier. Oh, hier. LOL. LOL. Alter. Der freut sich, wenn er einen Skip findet. Der hat so eine einzigartige Funktion. Ich habe alle Skips gewusst, außer dem. Bei ihm funktioniert das dann so auch noch. Aber gut. Ich werde mich bei Minecraft überfreuen, Wie viel ist mir die dummen Korne? Ja, ist vier da geworden hier, ne? Alter, das Level, ne? Wo du jetzt gerade gestorben bist, an der Stelle. Das Level habe ich den Tag vorher nochmal richtig geübt. Ja. Und während ich das geübt habe, bin ich auch an der Stelle, wo du gestorben bist, ungefähr siebenmal hintereinander gestorben. Weil es einfach zu dumm war. Aber da war es wirklich gut, dass ich es nochmal geübt habe. Ja, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Ich habe es ja oft geübt und ich konnte das Level auch. Aber das ist dann halt einfach der Moment, ein bisschen nervös und so. Ich bin halt auch an Stellen gestorben, an denen man dann halt eigentlich nicht stirbt. Und das ist halt schwierig zu üben. Da war einfach ein bisschen zu nervös oder so. Ne? Zu viel Druck. Mhm. Ähm. Ja. Ja. Wie ärgerlich. Was? Müssen wir Pausen drücken? Nein. Aber ich bin jetzt schon dreimal gestorben. Ich springe da aber nicht. Worauf spielst du? Das ist okay. Wo bist du, Cornel? Äh, Pausen von Cornel. Ah, der kriegt mich halt noch. Der kriegt mich halt noch. Ja, ich hatte da wenig Angst. Was? Das ist ein Fick. Das gibt's nicht. Wenn du Pausen von fertig bist du 10 mal. Doch 10 Minuten, Jungs. War halt gar nicht spannend. Nie. In keiner Welt. Oh, starke Einblendung. Das ist ein starkes Bild. Das ist wenig stark. Da, Alter. Wie viel Aufwand das gewesen sein? Der muss dieses kleine Ding zuschneiden hier. What the fuck? Dann wird's ja doch noch knapp. Nein. Nee. Guck mal, du bist jetzt schon mein Boss. In keiner Welt. In der Welt wollte ich halt wirklich auch nie spielen. Das war... Scrolling. Ich scrolling. Level. Ja. Ich bin da glaube ich sogar im Dunkeln gestorben. Ich bin so oft gestorben. Oh mein Gott. Das war so eine schlechte Leistung. Ich war so nervös. Das war so ein... Das war so ein Kotzen, ey. Ja, dann durchgamed, Alter. Ich hab durchgegamed. Hast du das gesehen? Stark. Himlevel brauche ich jetzt richtig lange, ja. Ja. Bonus gewesen. Aber da kommt, glaube ich... Es dürfte gleich passieren, dass du durch bist und dann sterbe ich rechts, weil du mir gesagt hast, ja, ich hab's geschafft und dann ist bei mir alles. Dann war es safe. Das ist bei dir eine Welt zusammengebrochen. Ja, dann war es safe, dass ich verloren hab. Was ist das Ziel? Jetzt muss doch jetzt mal hier das Ziel kommen. Das Exit. In dem Level kann man auch nicht sterben, in dem zweiten. Also, schwierig. Aber das ist halt super nervig. Das geht. Kann passieren. Mit den Reifen, Alter. In dem Level? Nein. Nee, aber... Gott sei Dank. Da hab ich was vorbereitet. Leute. Mit diesem Fall, wenn sowas passiert. Ja, ich hör schon. Nein, also nicht für euch. Das hören die Leute nur in meinem Chat, in meinem Stream. Ach, Mann, ey. Punkte sind jetzt geupstated. Oh, das hat mich so genervt, ey. Da war ich kurz erster. Das hat mich so abgefuckt. Aber nur die zweistellig. Stark. Ja, stark, Alter. Schon im sechsten Spiel, ne? Ja. Das ist krass, Alter. Fast zwei Punkte im Schnitt. Nee, ist das fünfte Spiel gewesen. Nee, war Quatsch. Das ist das siebte Spiel, oder? Nee, ich glaube. Keine Ahnung. Oh. Jetzt kommt auf jeden Fall das beste Spiel. So. Das kann man schon mal sagen. Ja. Bin gespannt, was da jetzt so reingeschnitten wird. Ob ich da überhaupt vorkomme. Alter, das war auch... Das war auch in dem Race eine ganz schwierige Phase für mich. Ich dachte ja, Sonic Adventure 2 und Sunshine wird die schwierigste Phase, ne? Aber ich war zum einen das eine Spiel halb weg, weil ich ein Disconnect hatte, glaube ich. Und das andere Spiel... Es war... Sunshine hat sogar Spaß gemacht. Also, es war gar nicht so schlimm. Ich hatte Spaß. Aber diese Phase, ne? Donkey Kong zu verlieren, hat mich so abgefuckt. Und dann, das, was jetzt in Minecraft passiert, ich war Tilt-Level im Himmel, Alter. Es war verrückt. So ein Dreckspiel-Minecraft, Alter. Seed habt ihr schon bekommen? Nein. Ach, doch, ja. Doch, in den Race-Teilnehmern in der Gruppe. Oh nein. Mit Seed? Nicht in einem anderen. Du musst auf weitere Welt-Opführen und da starten, für den Weltgenerator einstellen. Da muss das sein. Warte, 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 warte. Wo muss ich das einstellen? Also, Neck. Dann auf weitere Welt-Opfeln. Elekt-Welt. Englisch. Ja, du machst einfach den Namen. So süß. Was weiß ich denn, Alter? Was weiß ich denn? Dann hätte man mich ja mal vorher angucken können, ne? Jetzt könnt ihr mal erleben, was Lost-Sein wirklich bedeutet. Auf gut Deutsch. Oh mein Gott. So, noch mal ganz kurz, auf der Liste ist ja auch drauf, diese sogenannte Schätzfrage, die es ist. Hat die jeder ungefähr verstanden? Oh mein Gott. Muss ich mit ihm was schreiben, ne? Indirekt. Mit dem Holz muss das quasi in dem Inventar haben. 3, 2, 1, go. Oh fuck. So, jetzt kommt es auf den schnellsten Rechner an. Ich sage euch, sobald ich drin bin. Oh, 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 30, 40. 15. Wer war schon drin? Der Rollo hat gewonnen. Das ist halt unfässig, weil ich erst mit drinne starten bin. Ich habe eine Arschteure, ich habe eine Arschteure CPU drin, ne? Nicht immer noch, nicht immer noch, nicht immer noch. Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Lass mal Blumen mit, ne? Ich bin mir lecker auf den Scheiße. Super. Ne, Blumen ist gut nach. Ist die eine Aufgabe, die ich weiß, viel mehr mache ich nicht. Können Sie mir die Chatfrage einmal schriftlich in den Chat schreiben? Das wäre auch mal nett, ich kenne die Chatfrage halt auch nicht. Ich kann die ja jetzt nicht auf den. Da stehe ich auch nicht. Dafür gibt es für... Ach, das ist alles. Triggert mich immer noch. Ja, dann triggert es dich. Halt die Fresse, Terra! Ich bin da in der Ausdaufe-Situation, ne? Ich habe gerade Donkey Kong verloren. Dieses Spiel fickt mich. Also Minecraft. Und dann kommt auch noch... Also du hast nur ein Mannequin in Minecraft. Dann kommt auch noch Terra von der Seite. Ja klar, Alter, ein Skin. Stark. Ne, ist hübsch, ne? Ja, darf ich dir nicht sagen, dass es mich triggert? Was ist denn das hier für eine redaktionelle Eingreifen? Eine redaktionelle? Das hast du damals schön rausgeworfen. Ja, da guckst du, dass ich solche Wörter kenne, ne? Denkst du hier den dummen Mann, den kann ich aus dem Laden schmeißen, auf einmal das ist ein Doktor. Da musst du aufpassen. Ja, was ist denn jetzt die Chatswahl? Ja? Da habe ich ihn aufgedacht. Kann Terra das nicht einfach sagen? Das musst du doch wissen, oder? Am Ende wird das Durchschnittsalter aller Votes und Chats zusammengegangen. Also das Durchschnittsalter des Chats, oder was? Ist das die Frage? Ja. Und dafür gibt es fünf Punkte, Alter. Weißt du, Wollo wird einfach aus Versehen die Sachen haben, in seinem Momentar. Aus Versehen die Sachen. Dann gewinnt er das und gewinnt damit einfach das Spiel, weil wir alle anderen nichts rein. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Es geht mir genauso, es geht mir genauso. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich habe das mit dem Holz immer noch nicht verstanden. Das ist kompliziert. Alter, du sollst... Ist es nicht. Ist es halt überhaupt nicht, Mann. Im Game. Ja. Das hat mich auch getriggert, dass einfach diese Schätzfrage von einigen, dass das so kompliziert, also es war ja nicht kompliziert, dass es aber so kompliziert gemacht wurde von einigen. Ja, aber es ist doch so kompliziert, weil du ja auch, du hast ja Zeitdruck und dann, du sammelst halt Holz. Und es wurde auch am Ende auch noch geändert, oder nicht? Dann haben die gesagt, es darf von... War nicht erst, es muss von einem Holztyp sein, und dann es darf unterschiedliches sein, oder... Nee, nee, es ging darum, einer von diesen Blöcken, die man dann hatte, aber dann... Dann hat man sich einfach für einen von denen, die man hat entschieden. Das ist sowieso Blödsinn. Man hätte auch einfach sagen können, ich nehme die 14 oder so. Ja, das ist so, ne? Nee, hätte keinen Unterschied gemacht. Aber dann, du musst ja das Gameplay machen. Und es war einfach... Komm, also, ich kann mir nicht helfen, ich will nicht immer... Aber Minecraft war einfach von vorne bis hin ein kompletter Schmutz. Ah, Schmutz, ja. Ein Block Holz, also so ein Sechser oder Zwölfer, bei deinem Chat vielleicht. Das Gesamtschat, also wie alt der Durchschnitt, das Durchschnittsalter an aller Chats-Teilnehmer ist. Verstanden? Das soll geraten werden, quasi. Ja, das ist ne Chat-Frage. Wie hast du das Wort schon mal gehört? Chat-Frage. Nein, was Captain Toxic ist gut. So, hier, wer auch immer... Oh, ach, das ist mit Toxic gemeint vielleicht. Ja, aber guck doch auch mal, jetzt mal ernsthaft, wenn du da so einen Idioten hast, den du noch fragt, ob man das erraten muss. Nee, Rikki. Wenn du's weißt, musst du's nicht erraten, Alter. Was ist denn... Also, ich hab getippt. Ja, das hat mich halt getriggert und auch zurecht. Vor allen Dingen, weil, wir sehen ja auch hier, wo ist denn die Spiele in der Anzeige von der Uhrzeit? Ja, hast du irgendwie nicht. Seit ungefähr sieben Minuten läuft das schon so. Labert der, dass er das nicht versteht. Wie soll ich da nicht toxic werden? Ja. Ja. Jetzt, glaub, das ist... Jetzt weiß ich nicht mehr. Nee, jetzt bin ich ziemlich am Ende. Ich gebe jetzt noch die Schätzfrage. Dann mache ich mir mal einen Vlog fertig für. Was habe ich denn? Zeh, zeh. Ach, zehn. Jetzt wird's schon langsam mutig, ne? Haben wir ja die Startseite dabei. Ach, jetzt habe ich... Ja, aber... Das Ergebnis der Schätzfrage würde ich auch als Fake betiteln. Wieso? War der jetzt hoch, ne? Ja, das war eh nicht ernst. Das war viel zu hoch. Nein. Doch, doch. Das ist nicht. Das ist noch so ein paar... Ich weiß halt nicht, wie du auf diese Annahme kommst, dass dir so junge Menschen zugucken. Junge Kinder finden dich scheiße. Ja, aber es gucken trotzdem keine, äh, im Schnitt 24-Jährigen, im Schnitt, im Schnitt. Es gucken viel mehr 17-, 18-, 19-Jährige als alles andere. Das ist auch eine Sache. Glaube ich nicht. Über die habe ich, äh, auch mit Onion geredet, weil Onion hat ja so eine Frauenzuschauerschaft, ne? Ja. Also Onion hat ja, keine Ahnung, 98% Frauen oder so. Und der sagt ja immer, wie angenehm das ist, weil die machen Daumen hoch und die schreiben Kommentare. Die machen alles, ne? Du sagst einfach kurz was. Und der hat gesagt, ja, ist ja kein Wunder, dass es bei uns so nervig ist. Wir haben ja halt die ganzen spätpuppertierenden 18-Jährigen als Zuschauer. Und ich glaube, da ist was dran. Ne? Die ganzen Leute, die immer in den Kommentaren nerven. Das sind nämlich nervige, spätpuppertierende 18-Jährige. Ja. Ja. Aber da ist ja auch wieder das Ding, die Kommentare sind ja nicht unbedingt das, worauf man eingehen sollte. Ja, natürlich nicht. Haben wir ja schon mal geklärt, weil das ist ja nur ein Prozent der Leute. Ja, natürlich. Aber im Schnitt werden wir nicht 24 Jahre oder so haben. Dafür müsstest du ja, dafür müssten wir jetzt komplette Internet auf den Kopf stellen. Ich bin 29, ne? Ja, ja. Weil in meinem Alter, ganz viele Leute in meinem Alter wissen nicht, wie das Internet funktioniert. Das ist erschreckend. Glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht. Ich habe die kennengelernt, Alter. Ich hatte Kontakt zu Menschen, mit denen ich Abitur gemacht habe. Ja. Und die wissen, ich musste denen erklären, also ich habe einigen, oder einer Person, habe ich sogar erklärt, dass es YouTube-Videos gibt. Also ich kann dir nur sagen, mein Bruder ist auch 29, dem musste man das nicht erklären. Dann bin ich mit Dickback und mit Gizmo zur Schule gegangen. Ja, die sind ja auch drinnen. Ja, aber die sind auch noch deutlich älter als deine Leute da. Wollt uns, komm mal aus dem Kosmos raus. Nee, komm ich nicht. In meiner Bubble kennen die Leute sich auch. Ja, in deiner Bubble, du bist ja auch das Internet, Alter. Danke, danke. Ich bin das Internet. Aber geh mal aus der Bubble raus. Geh mal in eine... Leute, Alter. Ich habe es geschafft. Geh mal am Freitagabend in eine Kneipe und frag mal die 29-Jährigen, ob die Twitch kennen. Niemand. Wetten doch. Keine Ahnung, ich mache diese Umfrage natürlich nicht, aber... Ja. Wetten doch. Wetten doch, wetten nicht. Klar. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr seid. Ja, wow. Aber ernst. Nee, ich will das wissen. Bitte, Leute, macht mal jetzt kein Auge, wenn ihr 18, 19 seid und sonst nie Kommentare schreibt. Macht es bitte, damit ihr Wollo zeigen könnt, dass ihr stark seid. Oder eben nicht. Ja, jetzt kommen wieder 10 Kommentare von den 40 Leuten, die sich denken, ich bin nicht, ich bin nicht unnormal. Ich schreibe auf jeden Fall einen Kommentar. Ich bin 53 und ich gucke Wollo und Kornel und ich bin stolz drauf. So, jetzt nochmal. Meine Mutter guckt uns doch auch. Ja. Und mein Vater und meine Tante und so. Die ziehen den Schnitt schon hoch. Das machen einige 18-Jährige zu 24-Jährigen. Denkst du, dass Jonathan May Flash wäre, dass Johnny ein durchschnittliches Alter von 24 bei den Zuschauern hat? Nein. Der hat 12 ungefähr. Nee. Der hat schon junge Zuschauer. Jünger als ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja klar. 15, 16 würde ich sagen. Aber Johnny ist ja auch noch deutlich jünger. Würdest du sagen, dass Ricky GTA eine sehr alte Zuschauerschaft hat? Das Ding ist aber auch, wo ich noch 23, oder vielleicht habe ich noch keine YouTube-Videos gemacht, aber als ich 25, 26 und so war, da hatte ich auch noch wesentlich jüngere Zuschauer. Ja, da war YouTube ja auch noch anders, da gab es gar keine alten. Ja, ja. Aber, ähm, und die sind ja auch mitgealtert. Ja, natürlich. Deswegen haben wir auch viele. Ja. Wir haben ja auch eine sehr statische Zuschauerschaft seit Jahren. Und natürlich, die werden immer älter. Klar, irgendwann, wenn wir bei 4.000, 5.000 Abonnenten bleiben, haben wir in 20, 30 Jahren auch einen Durchschnitt einer von 60. Aber das ist nicht normal. Ja, aber das ist halt unser Ding. So, keine Ahnung. Ja, mach mal weiter. Wir hängen hier ganz schön lange schon. Ja, das ist das, was ich schätze. Ja, das ist aber auch. Was könnte man denn jetzt noch machen? Ich würde gerne das Dorf finden. Ey, das ist immer alles krumm und schief. Ich komme völlig durcheinander hier mit dem Schein. Ja, das würde auch ein Würgen. Ja, aber das findet er seit wahrscheinlich früher gewonnen. Ja, viel zu dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Es ist so dunkel. Seid ihr ready? Ich hole jetzt kurz Feuer, nehme ich direkt wieder gelöscht. Okay, ich gehe hier. Oh, der ist ein Institut. Nein, wo war das? Scheiße. Das ist so dunkel. Damit hätte man rechnen können. Und der hätte mich fast geschlagen, weil er die Frage richtig beantwortet hat. Ey, das ist wirklich ein Trauerspiel. Oh, Nerdy hat den heiligen Spot gefunden. Dann sollte ich da eine Bindung machen. Ich sollte das mit einer Bindung machen. Der kann ich gar nicht treffen. Stimmung. Das ist mein Krupp. Hä, warum? Das sind Zwischenstände. Wenn ihr die haben wollt, kann ich euch gerne die Zwischenstände mal kurz kleben. Oh, Mann, ich fresse. Johnny 11, Pornel 5, Vicky 4, Verdi 3 und Volo 1. So, aus diesem Holz brauche ich meine Schätze. Dann darf ich ja nicht sterben in der Nacht gleich. Ja, dann muss ich erstmal noch über die Nacht bringen. Das schaffe ich nicht. Das ist unmöglich für mich. Ja, hole ich mich mal einfach rein. 21 war dein Tipp. Wenn ich das mache, bin ich dann sicher. Ich glaube, ja. Ja, du kannst nicht angegriffen werden. Du kannst natürlich verhungern, ne? Hab ein Apfel im Winter. Nee, du musst über die noch krasseln. Ich weiß gar nicht, wie hochkann ich. Ich kriege auch Höhenangst in Minecraft. Das ist so komisch. Das gab es dann die restlichen 17 Minuten bei mir. Ja, starkes Gameplay. Ja, ich sag mal so, ich muss ja, wenn ich weiß, ich kann keine Aufgabe machen. Ja, es war nicht dumm, weil ich glaube... Es ging darum, ich musste ja für die Schätzfrage, musste ich ja diese Blöcke im Inventar haben. Richtig. Und ich musste ja irgendwie wenigstens diese Chance auf 5 Punkte rüber retten. Ja, natürlich. Und das war für mich meine einzige Option auf 5 Punkte. Hätte ich das nicht gemacht, müsste man mir vorwerfen, dass ich es nicht ernst genommen hätte. So habe ich es so ernst genommen, wie ich es nur konnte. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch doof, wenn man das kritisiert. Das lag an eurem System, dass ich das so machen musste. Ich finde es auch doof, wenn man das kritisiert oder so. Das ist eh immer so dieses... Das ist so dumm. Immer dieses... Ja, egal. Auf jeden Fall... Nee, war schlau. Und wenn du die 5 Punkte bekommen hättest... Wie viele Punkte hatte Nerdy? Hättest du Nerdy überholt? Hätte Nerdy jetzt... Im aktuellen Status hätte ich Nerdy überholt und ich glaube, ich hätte auch Rikki überholt. Ja, nee, Rikki hat dann... Mit diesen Punkten. Ja, aber Rikki hätte dann... Nee, ich glaube, es waren 4, 3 und 1 am Ende. Und das gibt ja 5 Punkte für die Schätzfrage. Naja, Rikki hatte 8 oder... Naja, okay, dann... Ich hätte auf jeden Fall Nerdy überholt und damit hätte ich gewonnen. Ich hätte das Render Race gewonnen, wenn meine Schätzfrage richtig gewesen wäre. Stell dir das mal vor! Und jetzt sag mir bitte, was diese Schätzfrage mit diesem Minecraft-Ding zu tun hat. Ja, das war für Leute wie mich, die das Spiel nicht begreifen. Ich hasse dich so sehr. War das eigentlich ganz gut, dass es gab. Die Zeitung über den Ingame nicht weiter, ja, ändert ja nichts für mich. Die läuft so, Nerdy, na, so wie ich es bei dem Spiel gedacht habe. Beschissen. Tja, wann weißt du, dass es Tag ist? Gar nicht, Excalius, dann weißt du, was ist das Spiel noch keine Rolle, weil ich... Auf den Tag schaffe ich ja nichts mehr. Ich halte einfach nur mein Schätzfragen-Inventar. Dann ist hier das Ziel, das Schätzfragen-Inventar zu halten. Das ist die Aufgabe, die wir haben, die löse ich gerade mit Bravour. Man möchte fast sagen, besser geht es nicht. Es geht gar nicht besser. Also ich spiele jetzt ein bisschen anheizend. Oh, Leute, jetzt noch mal hier dabei sein. Minecraft, das Dorf finden, Diamanten abräumen, jedes Los gewinnt. Bohrt euch tief hinein, die Diamanten warten und dann gibt es jede Menge Preise, 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 Gewinne bis 4.000 Euro warten auf den Glück. Oh, ja, stark. Jetzt sind wir, Vicky, möchtest du das Top? Oh, Leidig sind dann aber, meine Damen und Herren, meine Herren, jetzt geht es nochmal los hier. Jetzt geht es nochmal, wir sind hier in Minecraft, alle sind dabei, nicht dachtlos, warum wir auf einmal reinschauen, einmal sich selbst überzeugen und dann noch einmal mit meinen hier vorne, hallo, ne, sollte keiner zaudern, zögern oder zagen, nein, 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 jeder sollte es immer wagen, sich hochzubauen, meine Damen und Herren, jetzt dauernderweise mitmacht, mitspielt, bei mir zählt übrigens das Fichtenstammholz, das möchte ich jetzt schon mal direkt am Anfang sagen. Ich weiß nicht, bei mir zählt das dunkle Holz. Time. Aus, Schluss. Ja, waren auch nicht viele Highlights und mein komplettes Geweinehude rausgeschnitten, das finde ich gemein. Ich möchte hier... Das war wahrscheinlich nicht so unterhaltsam. Ich möchte hier aber erwähnen, dass dieses Zuhalprinzip war Müll. Ach ja, wie lange du über das Dorf gemeckert hast, stimmt. Ja, weil es ist alles entschieden. Ich erinnere mich, ja, ist okay, ich erinnere mich, alles gut. Nach diesem Bestauf... Du musst jetzt nicht wieder aufrollen. Das machen wir ja nicht mehr, wir haben ja alle zusammen einstimmig, auch mit dem Planungsteam entschieden, dass das keine gute Idee war und ich schiebe alles komplett auf Clay. Ich werde nach diesem Bestauf nie wieder darüber reden. Anhand der Chats-Frage, die wir gemacht haben, ist es noch 23. Oh, ist das so robb. Ja, bald 20! Scheiße! Ja! Ich habe 21. Ich kriege nur Dritter, deswegen... Oh, 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 und, und, wie viele Punkte... Fünf kriege ich dazu, ne? Warum habe ich 9? Welche Platz habe ich? Ja, du bist 12 Dritter. Also, wir haben Johnny, Platz 1 mit 23 Punkten, Platz 2, Cornel mit 15 Punkten, Platz 3, Rikki mit 11 Punkten, Scheiße, Rikki, warum? Platz 4, Nerdy mit 5 Punkten, Platz 5, Wollo mit 2 Punkten. Ey, 2 Punkte! Du wärst, wenn es Rikki überholt! Ja, habe ich aber nicht! Oh mein Gott! Wo habe ich denn den zweiten Punkt eigentlich? Ah ja, genau, ich bin, habe versehentlich, glaube ich, bei einem Gegner getötet, während was explodiert ist oder so, das war versehentlich, das wollte ich gar nicht. Ja, wollte ich gar nicht, aber hat mir einen Punkt gebracht. Alter, du hättest 2 Punkte zusätzlich bekommen im Rendo-Race, wenn du die Schätzfrage richtig beantwortet hättest. Wie viel hattest du getippt? 21? Ich habe, äh, 21 getippt, ich habe zu jung getippt. Boah, what the fuck? Ich dachte halt, die ganzen Johnny-Zuschauer, Alter, die musst du ja reinrechnen, ne? Es, ich meine, am Ende des Tages zählen ja auch nur die Leute mit, die abgestimmt haben. Die Klasse 1a der Grundschule Bremen muss ja, muss ja mit einberechnet werden, die haben alle den Johnny-Stream geguckt. Ja, da habe ich nochmal richtig Glück gehabt, ey, sonst hättest du einfach das komplette Rendo-Race wegen der Schätzfrage gewonnen. Ja. Jetzt hast du das komplette Rendo-Race wegen scheiß Mario Kart 8, wo du die besseren Items gezogen hast, gewonnen. Ja, ist ja auch Blödsinn. Ja, ist für mich besser gelaufen. Deswegen dachte ich, ja, habe ich Glück gehabt. Ja, hast du, hast du, hast du. Ja, das war, ähm, Doggy und Kanti. Ist noch nicht vorbei. Na doch. Das ist doch jetzt noch zu Ende laufen, eben. Jetzt will ich die Punktzahl sehen. So zu Ende. Oh, da sind wir im Gleichstand kommen. Nächstes Spiel Mario Land 2, wer da wohl in Führung geht. Ja, man weiß es nicht, ne, man weiß es nicht. Es bleibt spannend. Aber Johnny, Alter, mit fünf Punkten vorne, ne, der ist uneinholbar. Der gewinnt das Save, Leute. Ja, ja, Johnny, ne, unterschätzt, Mann. Wer weiß. Wir werden das sehen, Leute. Ja, war wild. Der Donkey Kong Country war halt sehr, sehr, sehr crazy, spannend. Da hast du richtig gut gegamed. Respekt dafür, Wollo. Ja, aber auch. Und Minecraft hast du alles gegeben auch. Da Respekt, Wollo. Das habe ich. Ja, wie gesagt. Es war halt auch nicht einfach, dafür zu üben. Wirklich nicht. Nein, natürlich war es nicht einfach. Das Ding ist halt, wenn du komplett mit null Wissen, ne, also wirklich null Wissen das Spiel noch nie gespielt hast und du kriegst dann da so eine Liste hingeballert, wo lauter Sachen stehen, die du machen sollst und du hast nicht mal einen Anhaltspunkt, wie du überhaupt in die Nähe dieses Ziel kommst, ne. Der Weg dahin ist dir nicht mal klar. Ich habe ja Ahnung von Minecraft und selbst für mich war es schwierig, einen Weg festzulegen, was man am besten macht. Weil es 85% aller Aufgaben haben einfach auf Spawn-Glück oder wie es Spawn fundiert. Und es war auch für mich unmöglich, eine vernünftige Route rauszusuchen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte Minecraft noch nie gespielt, ich hätte mich umgebracht. Ja, das war auch so das Ding. Nödi hat das ja auch noch nie gespielt. Ich habe das ja mal in einem Stream beim Üben gesehen und dachte mir auch, also ich habe nichts verstanden, was er da gemacht hat. Er hat nicht verstanden, was er da macht. Was man in Minecraft hätte machen können, wo alle auch eine Chance gehabt hätten, wären irgendwie Jump'n'Run, Rätsel. Ja, Minigames oder so hätte man spielen müssen, ne. Das wäre besser gewesen am Ende. Das wäre auch schön, wäre auch cool gewesen, wenn die alle zeitgleich gegeneinander gespielt hätte. Genau. Wäre auf jeden Fall cooler gewesen. Genau. Deswegen, vielleicht in einem zukünftigen Rendo-Race, ich persönlich muss sagen, Minecraft sehe ich schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Ja, auf jeden Fall. Man kann halt alles in Minecraft machen. Wir könnten dann komplett stark den Rat in Minecraft, hat ja Fuki mal gemacht, sowas in die Richtung. Könnten wir auch mal mit dem Rendo-Race-Team machen, müssen wir mal ein paar Bilder sich ranholen als Special-Event. Ja, theoretisch auf jeden Fall möglich, aber so in der Form, wie es hier jetzt passiert ist, bitte nie wieder. Dankeschön. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.